Was ist eigentlich die Zurechnungszeit bei einer Rente wegen Erwerbsminderung? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Das Thema Erwerbsminderung ist ja für viele, viele Menschen in Deutschland extrem wichtig. Wir haben ungefähr 330.000 bis 350.000 Menschen, Rentenversicherte, die jedes Jahr eine Rente wegen Erwerbsminderung beantragen. Davon bekommen ungefähr die Hälfte, davon bekommen dann eine solche Rente zugesprochen. Und in diesem Beitrag geht es mal nicht so sehr um die Frage des Ob, also ob und wie eine solche Rente, sagen wir mal, zustande kommt, aus medizinischen Gründen und so weiter, sondern es geht auch um die Frage, und die wird Sie vielleicht auch interessieren, wie hoch eine solche Rente ausfallen kann. Und da spielt die Zurechnungszeit, von der Sie vielleicht schon mal was gehört haben, eine extrem wichtige Rolle. Und genau aus diesem Grund möchte ich Ihnen erklären, was eigentlich die Zurechnungszeit im Rentenrecht ist, welche Funktionen, welche Wirkungen sie verallt haben. Und da schauen wir uns einfach mal im Gesetz an. Und zwar haben wir den Paragraph 59, Sozialgesetzbuch Nummer 6. Ja, das ist immer ganz wichtig, dass man da mal kurz reinschaut, und da steht was mit Zurechnungszeit. Ja, gucken wir mal hier, Zurechnungszeit. Und das Gesetz sagt in Absatz 1, die Zurechnungszeit ist die Zeit, die bei einer Rente wegen Erwerbsminderung, was mit der Rente wegen Todes lasse ich mal weg, hinzugerechnet wird, wenn die versicherte Person das 67. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Und ganz wichtig ist, die Zurechnungszeit beginnt bei einer Rente wegen Erwerbsminderung mit dem Eintritt der hierfür maßgebenden Erwerbsminderung und sie endet mit Vollendung des 67. Lebensjahres. Ich muss dazu sagen, das ist die Regelung, die dann ab dem Jahr 2031 vollwirksam wird. Wir haben noch eine Übergangsregelung in Paragraph 253a, die bei dem Ende der Zurechnungszeit hier einen schrittweisen Anstieg der Zurechnungszeit von seit 2019, ist das so geregelt, bis zum 67. Lebensjahr hier vollzieht. Dazu werde ich gleich noch mal was sagen. Meine Damen und Herren, das ist natürlich alles relativ spröde und auch für den einen oder anderen gar nicht klar, sondern ich möchte es Ihnen mal an einem Beispiel klar machen, was es hier da eigentlich tatsächlich geht. Also, noch mal, die Zurechnungszeit ist die Zeit, die bei einer EM-Rente ab eintritt, der für die Rente maßgebenden Erwerbsminderung hinzugreicht. Machen wir es mal an einem Beispiel, da wird es Ihnen dann klar. Max vollendet am 31.12.2023 das 45. Lebensjahr. Max ist dummerweise sehr krank, vielleicht schon anderthalb Jahre krank und durch medizinische Begutachtung und durch eine Rehabilitationsleistung und wie auch immer, stellt sich heraus, dass ab 01.01.2024 bei ihm die volle Erwerbsminderung vorliegt. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt hat Max de facto keine Einkünfte mehr. Er kann nicht mehr arbeiten, er ist krank und für ihn beginnt auch die volle EM-Rente, also die Rente wegen voller Erwerbsminderung, genau an diesem Tag. Das kann auch sein, dass das rückwirkend bewilligt worden ist, aber sie beginnt genau an diesem Tag. So, und jetzt hat Max natürlich das Problem, dass er sich sagt, ja Mensch, ich bin gerade 45 Jahre alt, ich habe doch vom 16. Lebensjahr bis zum 45. Lebensjahr gearbeitet, aber was ist jetzt? Von was soll ich jetzt leben? Das kann doch alles gar nicht sein, meine Rente wird doch ganz niedrig ausfallen. Und da spielt die Zurechnungszeit für Max eine extrem wichtige Rolle, denn diese Zeit wird ihm praktisch ab Beginn der Erwerbsminderung, also ab dem 1. Januar 2024, dazugerechnet und sie endet bei ihm mit Vollendung des 66. Lebensjahres in einem Kalendermonat zum 31. Januar 2046. Warum 66 Jahre in einem Kalendermonat und nicht 67? Weil die Übergangsregelung in § 253a sagt, dass bei einem Rentenbeginn 2024, einer EM-Rente, die Zurechnungszeit mit Vollendung des 66. Lebensjahres und einem Kalendermonat endet. So, das Entscheidende ist aber, dass Max für diesen Zeitraum, das sind über 250 Kalendermonat, zusätzliche Entgeltpunkte bekommt, als wenn er im Schnitt weitergearbeitet, weitergearbeitet, also als wenn er genauso weitergearbeitet hätte, wie bis zum 31.12.2023 oder entsprechende Verdienste gehabt hätte. Das Gesetz sagt dann im Grunde genommen, dass die Zurechnungszeit als sogenannte beitragsfreie Zeit, ja, als beitragsfreie Zeit nach der Gesamtleistungsbewertung mit dem vollen Gesamtleistungswert, entweder aus der Grundbewertung oder aus der Vergleichsbewertung abgegolten wird. Das heißt also, Max bekommt für diesen Zeitraum pro Kalendermonat einen bestimmten Entgeltpunktewert und das hebt die EM-Rente natürlich rechnerisch deutlich an oder höher an, als wenn Max seine Rente nur mit den Entgeltpunkten berechnet würde, die er bis zum 31.12.2024 nachgewiesen hat. Da würde Max möglicherweise richtig traurig werden. Aus meiner Sicht hat die Zurechnungszeit zwei ganz wichtige Funktionen. Erstens, sie bestimmt maßgebend die Höhe der EM-Rente, ganz wichtig, und sie hat auch eine Wartezeitfunktion, denn Max kann mit Vollendung des 63. Lebensjahres praktisch eine Altersrente für langjährig Versicherte beantragen. Er ist zwar seit dem 01.01.2024 erwerbsgemindert und bezieht auch diese Erwerbsminderungsrente, aber er bekommt für jeden Kalendermonat des Bezugs dieser EM-Rente eine Anrechnungszeit zuerkannt nach § 58 SGB VI. Und diese Anrechnungszeit gilt wiederum als Wartezeitmonat für die 35 Jahre Wartezeit. Deshalb ist diese Zurechnungszeit aus diesen von mir genannten Gründen, aus diesen zwei Gründen doch so extrem wichtig. Meine Damen und Herren, was es finanziell genau bedeutet, wenn Max eine Rente mit oder ohne Zurechnungszeit bekommt, das zeige ich Ihnen mal in einem anderen, in einem nächsten Video. Da werden Sie doch wirklich gespannt sein, was da für Rechenwerte rauskommen. Ab 2019, so kennen wir es ja, hat sich die Zurechnungszeit deutlich verlängert. Damals bei Beginn einer EM-Rente ab 2019 um über drei Jahre länger als davor. Und das bedeutete ja letzten Endes auch, dass viele Zugangsrentner ab 2019 im Schnitt, so hat es die Deutsche Rentenversicherung berechnet, 100 Euro mehr an Rente bekommen, als wenn ihre EM-Rente vor 2019 begonnen hätte. Meine Damen und Herren, Sie sehen, bei der Zurechnungszeit geht es im Wesentlichen immer nur darum, wie hoch ist meine Rente und wann endet diese Zurechnungszeit. Und je mehr Kalendermonate ich da habe, umso höher kann meine Rente ausfallen. Näheres zum Thema Zurechnungszeit finden Sie, wie immer, auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche und ein rentenstarkes Jahr 2024. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.